Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir stehen hier wieder bei Elisabeth, denn wir haben in der letzten Folge das Druidentraining gemacht. Und nun habe ich mich wieder eingeloggt dort oben und ja, Elisabeth war weg. Deswegen bin ich mal schnell runtergesandt, weil ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Plötzlich ist sie weg und ja. Und nun habe ich sie hier wieder gefunden. Das bedeutet, dass wir jetzt hier erstmal die Quest weitermachen werden. Und ja, mal sehen, was sie zu sagen hat. Also Mandy, nun sind wir mit den Grundlektionen des Sonnenkreises durch. Ab jetzt wird ein weiteres Training von einem Trainer ausgeführt. Er ist auch ein Druide und wird jeden Tag für dich zur Verfügung stehen. Es ist leicht, einen Trainer herbeizurufen. Du musst einfach zum Runenstein mit den Sonnenzeichen gehen und ihn rufen. Und genau das gleiche habe ich dir eigentlich oben das letzte Mal erzählt. Deswegen kann ich einfach weiter drücken. So, nun interagiere mit den Runensteinen mit den Sonnenzeichen, um einen Trainer zu rufen. Das werden wir tun. Oh, Moment. Da muss ich lang. Ja, mal sehen. Ich dachte eigentlich, das sind eventuell die anderen Zeichen. Aber ich habe gesehen, dass hier ja so eine Sonne ist. Und ich habe noch absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Anscheinend ist es nicht die Sonne, mit der ich interagieren soll. Also ich würde mal wieder hochreiten und da mal schauen. Und ist das hier irgendwie? Oh, ich habe absolut keine Ahnung. Ich weite einfach nochmal hoch und hoffe einfach, dass bei den Zeichen, die dort oben sind, dass ich da irgendwie was machen kann. Denn ansonsten weiß ich wirklich gerade nicht so richtig weiter, wo ich da interagieren soll. Ja, das ist immer nicht so ganz einfach. Und ich habe meine liebe Snowwind-Pferdchen, das ist da schwer auszusprechen, leider nicht gepflegt. Ah, da glitzert dann was. Ach, so sieht das aus. Okay. Und deswegen ist sie total schlecht drauf, leider. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde nachher nochmal ein bisschen an der Pflege was machen. Droiden-Trainer. Sei gegrüßt, Mandy. Ich werde dir ab jetzt mit deinen Übungen helfen. Elisabeth hat gesagt, dass du ein sehr vielversprechender Schüler bist. Ich werde jeden Tag verfügbar sein, bis du beim Sonnenkreis den Status gemocht erreicht hast. Okay. Und nun? Jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Droiden-Trainer. Erzähl mir was. Trainiere mit mir. Mach irgendwas. Okay. Gehen wir mal wieder zurück zu Elisabeth, würde ich sagen. Denn Elisabeth, die war so nett. Und dann gucken wir mal, ob sie jetzt weiter was zu sagen hat. Boah, wenn ja, dann ist es ja total das Hin und Her. Anstatt dass der Droiden-Trainer da irgendwie noch weiter was erzählt, müssen wir immer hin und her laufen. Na gut. Okay, das kennen wir aber auch nicht anders von Star Stable. Hier muss man ja sowieso immer ständig hin und her laufen. Von daher. Ich dachte erst wirklich, dass es die Sonne hier, die gemeint ist. Aber nein, mit der kann ich nichts machen. Nicht interagieren. Absolut gar nichts anfangen. Ja. Okay, Elisabeth hat hier noch was zu sagen. Also Mandy, viel Glück bei deinen täglichen Übungen. Wenn du den Gemot-Status beim Sonnenkreis erreicht hast, kannst du zu mir nach Whale Day kommen. Und dann werden wir sehen, ob der Droiden-Rate bereits weitere Pläne geschmiedet hat. Ich lasse dich jetzt hier mit deinem Trainer. Vergiss nicht, dass du diese Übungen so oft du kannst machen musst. Jeden Tag, bis du fertig bist. Bis bald. Sprich mit dem Trainer. Okay, wieder zurück. Da wäre es doch echt besser gewesen, wenn sie oben stehen bleibt. Wäre wahrscheinlich so gegangen, wenn ich mich da nicht mal neu aus- und eingeloggt hätte. Dann wäre sie eventuell noch oben gewesen. Denn sie hat mir ja schon dieses gleiche erzählt, was sie mir vorhin erzählt hat. Und da stand sie aber noch oben. Das letzte Mal. Hm. Ist das ein kleiner Bug? Ich weiß nicht, auf welcher Seite dieser Bug ist. Aber es könnte sein, dass eins von beiden nicht so ganz richtig ist. Wobei ich denke, dass es wahrscheinlich oben nicht richtig ist. Oder es wird einfach korrigiert, wenn man sich neu einloggt. So. So viel dazu. Total viel Quatsch eigentlich, was ich heute so erzähle. Aber egal. Da bin ich wieder. Dann wollen wir mal zusehen, dass du vom Sonnenkreis gemocht wirst. Du scheinst bereit zu sein, um deine neuen Fähigkeiten anzuwenden. Du kannst jeden Tag drei Übungen absolvieren, bis du fertig bist. Okay. Tägliche Aktion. Steh nicht im Feuer. Mentaltraining. Besser fliehen als zu leiden. Okay, das kennen wir doch alle schon. Gut, dann machen wir das doch nochmal. Ein bisschen Übung kann ja nicht schaden. Vielleicht habe ich das dann auch ein bisschen besser drauf. Ja, das war ja auch so ein bisschen so ein Hin und Her hier. Okay, einfach mal ganz gechillt. Wobei ich echt finde, dass die Übungsdauer echt lange ist. Oh Gott, jetzt bin ich hier schon fast... Ja, gerade nicht so toll hier. Okay, hat aber nochmal geklappt, Gott sei Dank. Einfach mal im Kreis reiten. Aber nicht ganz so schnell, bitte. Ja, sehr schön. Nee, 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 nicht ganz so schnell. So, hier zwischendurch. Perfekt. Äh, hallo? Kann ich jetzt rüberspringen eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Da habe ich keine Ahnung, ob das funktioniert. Theoretisch müsste es ja aber. Es kommt ja nicht von oben, sondern nur von unten. So, Zeit, geh vorbei. Oh, das dauert echt ewig lange. Wie findet ihr denn dieses Training? Also, wenn ihr das schon habt, mögt ihr das gerne? Oder sagt ihr auch so irgendwie... Irgendwie ist das total... Das zieht sich so ein bisschen, die Zeit. Und ist deswegen irgendwie nicht ganz so toll. Könnt ihr mal einfach in die Kommentare schreiben, ob das eins von euren Trainings ist, die ihr gerne mögt. Oder ob ihr sagt, irgendwie, äh, gefällt mir das nicht so gut. Okay. So, dann machen wir direkt mal das nächste. Mentaltraining. Das war, glaube ich, nicht so... Achso, das ist mit den 10 Fragen. Doch, die 10 Fragen sind toll. 12 Fragen. Besser gesagt. Mal gucken, sind es die gleichen? Hat ein Pferd vier Beine? Nein. Doch. Nächste Frage, los. Hat ein... Willst du mich verarschen, Herr Druidentrainer? Hat ein Bärt... Ein Bärt... Ein Pferd vier Beine? Ja, habe ich gesagt. Wie, jetzt kommt nochmal die richtige Frage. Äh, die... Die gleiche Frage. Ist G-E-D als naturfreundlich bekannt? Natürlich ist sie das. Es gibt viel Soul Rider. Heißen sie? Alex, Linda, Björn und Benni? Nein, Benni doch nicht. Ich kenne keinen Benni. Kenne ich überhaupt einen Björn? Gibt es in der Nähe von Whale, der einen Wasserfall? Ja, die hatten wir auch das letzte Mal schon, die Frage. Ist eiskalt? Nein. Wie kommst du darauf? Wenn du einen Stein von der Brücke über den Silbersong-Fluss fallen lässt, fällt er nach unten? Äh, ja. Eine sehr seltsame Frage. Kommt T nach R im Alphabet? Oh, da muss ich mal kurz gucken. Ähm, U... Ne, STUV wäre... Ja. Ist 4 plus 4 plus 4 plus 4 17? Was sind das denn für Fragen? 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nein. Sind die Blätter an den Bäumen in Hollow Woods hellblau? Ich habe noch nie hellblaue Blätter gesehen. Oh Mann, was das für Fragen sind. Also wirklich. Äh, Verfolger fliehen. Oh, Verfolger fliehen. Habt, kennen wir das schon? Ach, das ist das wieder. Ja, eindeutig. Das kennen wir schon. Das war das, was ich nicht so wirklich gerne mochte. Warte, nicht so schnell. Und da seiten wir immer schön jemanden hinterher. Das hat immer ganz gut geklappt bisher. Naja, bisher. Wir haben es ja nur einmal gemacht. Genau. Da würde ich den hier wieder so ein bisschen hinterher... Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Hupser. So wollte ich das jetzt nicht machen. Halt, nein, nicht Saus. Nicht Saus. Alles, nur nicht Saus. Ja, das mit den Saus, das kann ich hier ganz gut. Ich wollte... Ich weiß hier gerade nicht, wen ich da hinterher laufen soll. Die sind alle gerade so ein bisschen unentschlossen, in welche Richtung sie lang wollen. Das gefällt mir gerade nicht so. Ah, vielleicht den da hinterher? Und das wäre doch eine Idee. Boah, das war eben echt mega knapp. Ja, die sind wirklich gerade heute ein bisschen seltsam, wie sie laufen. Also es ist tatsächlich nicht immer das Gleiche, so wie sie umher tollen. Umher tollen. Was für ein Wort dafür. Oh, 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 oh. Boah, geschafft. Ich denke, jedes Mal, wenn ich es dann geschafft habe, dass es plötzlich so ist, so Bäm. Du bist irgendwo gehen gelaufen. Okay. Das hätten wir geschafft. Bewahrer Eidienst der Sonnenkreis. Ja, da habe ich wahrscheinlich noch gar kein Dingensbummens. Moment, ich muss mal gerade gucken. Gar kein Ruf. Wo haben wir das denn? Bewahrer Eidienst Sonnenkreis. Wo haben wir das? Hier. Ach, freundlich haben wir erst. Ja gut, das wird tatsächlich wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, könnte ich mir vorstellen. Ich müsste eigentlich sowieso bei so vielen mega viel Ruf sammeln. Aber ich komme da einfach nicht zu. Das ist immer so langwierig. Was haben wir denn überhaupt noch für Quests offen jetzt? Da muss ich gerade mal gucken. Oh, ich kann nochmal nach Weildale. Tatsächlich. Oh, da ist das jetzt auch wieder ein bisschen buggy. Habe ich schon öfter mal gehabt, dass ein gelbes Zeichen zu sehen ist, obwohl es nicht da ist eigentlich. Da gucke ich doch glatt mal noch schnell nach. Ein Minütchen haben wir ja noch Zeit. Mal schauen. Ich finde übrigens die Quest von den Bewahrer Eidienst immer so am besten irgendwie. Besser sogar als die Hauptstory mit Justin, muss ich sagen. So ein bisschen mit Magie ist schon irgendwie ganz cool. Achso, bei ihr ist das nur, komme dann wieder, wenn der Ruf soweit ist. Alles klar. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse. Da gehe ich doch glatt mal zum Briefkasten, denn ich soll noch ein paar Grüße loswerden. Und zwar könntest du bitte im nächsten Video grüßen. Ja, natürlich einen schönen Gruß an Layla Blueberry Way. Okay, bevor ich das irgendwie vergesse, machen wir das jetzt. Und da ich noch ein Minütchen Zeit habe, ich sollte noch jemanden grüßen. Moment, war das hier? Genau, und einen schönen Gruß an die Plantinium Presidents. Ich wollte das eigentlich im Stream nehmen, die ganze Zeit machen. Da habe ich es aber immer vergessen. Deswegen dachte ich, mache ich das heute nochmal schnell beim Video. Fühlt euch alle herzlich gegrüßt? War hier auch noch eine? Ähm, nein, da war noch kein Gruß. Ich dachte, es war noch irgendwo ein Gruß. Ne, ich glaube, ich glaube, das war es diesmal. Genau, das andere sind nur noch Clubvorstellungen, die ich auch noch abarbeiten muss. Alles klar. Dann würde ich sagen, sammeln wir schön fleißig Ruf die nächsten Male. Und wie wir sehen, haben wir ja auch noch ein paar Quests offen. Ich muss auch noch unbedingt in Südhof die Quest weitermachen. Oh, und dann müsste ich auch noch in Shopping Center und beziehungsweise, ähm, wie heißt das denn nochmal da hinten? Aydins Platz und sowas. Da müsste ich eigentlich noch hin und total viel machen, weil ich endlich eigentlich diese Beanies kaufen möchte. Weil ich die total schön finde. Ja. Mal sehen, wann wir was schaffen. Ist ja doch recht viel. Zumindest wird es nicht langweilig. Also hat auch sein Gutes. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.